ich wünsche allen einen schönen guten morgen herzlich willkommen zu einem kurzen technischen marktupdate den risikonweis gibt es natürlich wie immer vorab der handel mit cfds der ist mit gewissen risiken verbunden dessen sollte sich bewusst sein und ich möchte an dieser stelle betonen dass ich keine handelsempfehlung ausspreche wir legen direkt los wir fangen heute mal mit gold an und zwar wird das vor wochen tief getestet und das ist auch gleichzeitig ein drei monats tief und deswegen könnte der markt jetzt weiter abrutschen und zwar ist zur nächsten wichtigen unterstützung bei 1870 dollar hier gab es ja einen ausbruch und dann nur eine leichte gegenbewegung und dieser bereich wurde eben nicht noch mal getestet und deswegen wäre das eine mögliche anlaufstelle im falle dessen dass der markt jetzt weiter nach unten durchbricht eine wichtige zone für die bullen haben wir bei 1924 bis 34 diese zone muss nachhaltig durchbrochen werden das chartbild kurzfristig wieder aufzuhellen wir gehen rüber zum dax hier wird in dieser woche ja eine wichtige unterstützungszone getestet und bisher auch verteidigt und solange das eben so bleibt gibt es die möglichkeit eben ja die ja zu einem neuen aufwärts impuls anzusetzen wir haben das alte rekorddruck bei 16.294 punkten da gab es im mai den fehlausbruch und dann aber noch mal die bestätigung vor zwei wochen also im monatschart entpuppt sich das ja eben noch mal als fehlausbruch und daran könnte man eben noch was ändern wenn man jetzt in den jahren den letzten handelstagen der wochen der woche noch mal deutlich anzieht ansonsten muss eben diese zone halten ansonsten könnte dann aber eine stärkere korrektur ausgelöst werden wir gehen zum nestic future hier sehen wir eine rückkehr über das vor wochentief und das bedeutet dass das vielleicht ein swing low sein kann das könnte vielleicht die ja die käufer wieder aktivieren um den übergeordneten aufwärtstrend fortzusetzen wenn dieses tief allerdings nicht halten sollte dann sehe ich durchaus die möglichkeit auf einen retest bei 14.694 punkten euro dollar durchbricht in dieser woche den widerstand bei 109 42 wichtiges zwischentief gewesen zwei fehlausbrüche und jetzt müssen wir aber schauen dass dieser widerstand nach dem gestrigen bruch auch genutzt wird um von dort aus wieder anzuziehen danach könnte es in richtung 1 10 33 gehen das ist nach wie vor der wichtigste widerstand hier gab es viele fehlausbrüche und das ist eben langfristig das niveau was geknackt werden muss um den trend zu bestätigen ansonsten könnte der markt zurücklaufen erstmal in richtung 107 87 die öl sorte wti unterschreitet in dieser woche die wichtige unterstützungszone zwischen 69 und 70 dollar hier gab es in den vergangenen wochen und monaten viele berührungspunkte und ein ausbruch nach unten bedeutet an der annäherung an die nächste zone die ungefähr bei 64 bis 65 dollar verläuft eine rückkehr über diese zone würde die sache stabilisieren und könnte vielleicht auch wieder für mehr optimismus sorgen da muss aber eben auch jetzt einiges passieren also mal schauen ob es vielleicht doch noch eine positive überraschung richtung ende der woche gibt wir gehen rüber zum bitcoin wir haben einen langfristigen aufwärtstrend wir haben einen aufwärts impuls seit etwas mehr als zwei wochen und dabei wurde auch der aufwärtstrend durch ein höheres hoch bestätigt allerdings ist der bruch nicht nachhaltig also nicht per wochen schlusskurs und jetzt sehen wir eine seitwärtsphase zwischen 30 und 31.000 dollar wir haben also eine konsolidierung eine seitwärtsphase und die muss eben aufgelöst werden entweder für die trendbestätigung und den ausbruch nach oben und dann die 32.000 dollar marke anzuvisieren und danach könnte es sogar in richtung 48.000 gehen oder wir sehen erstmal eine schwächephase um dann zu einem späteren zeitpunkt wieder anzugreifen und da würde ich mich dann auf die 26.758 dollar marke konzentrieren lasst gerne einen daumen da wenn euch das ganze gefallen hat ansonsten viel erfolg für heute und bis zum nächsten mal